Ein Schwesterschiff in Kastanmarco, mit 1973, die hat 70 selber noch mal ein Matros gefahren. Ja, wenn wir dem Museumschiff vorbei sind, liegt es an uns gleich, dass die M1-77 in den Yachthafen, mitten im Yachthafen, da sieht sie gleich so ein rotes Schiff liegen, das ist ein ehemaliges Feuerschiff. Und zwar das alte Hambach-Feuerschiff aus Ostenglert, das liegt jetzt hier als wahres Hotelchiff. Das ist auch ganz maritim eingerichtet, kann man auch schon fast als Version bezeichnen. Den habe ich noch selbst in der Sonne, den von der Englisch-Straussküste. Ja, wenn wir im Vordergrund über den Yachthafen wegschauen, da haben wir es wirklich noch zwei Bogen, und wir werden mich weiter drunter durchfahren, so unter diesen Bogen ist das ehemalige Brüttung der Eltern der Alten.